Das ist wohl die größte Rückgabeaktion, die es jemals im Kryptomarkt gab. Hey und willkommen bei der Krypto-Eule. Und jeder, der sich hier ein bisschen auf dem Kanal auskennt, der weiß natürlich direkt, um was es geht. Und zwar geht es um Elrond. Ja, nachdem das Listing vom Holowrite-Token, also vom Write-Token, nicht so ganz toll war, sind natürlich auch viele böse gewesen und so weiter. Und es wurden ja Adressen getrackt, die ziemlich viele Write recht früh gekauft haben. Und auch noch für recht wenig E-Gold, weil sie mit die ersten waren, bis nicht sogar die erste Adresse, die damals gekauft hatte. Und diese Token wurden ja eingesammelt und haben gesagt, so Moment mal, das geht so nicht. Und dann wurden die verteilt. Und das Ganze hat ja der liebe Patrick schon übersetzt vom Benjamin Minko und hat das Ganze auf Twitter gepostet und natürlich in die Erron-Gruppe gestellt. Das war dann hier der Tweet. Und zwar, Achtung, wichtige Info, Elrond. Alle, die am 16. Dezember zwischen 15.51 Uhr und 17.00 Uhr UTC Write zu einem Preis von mehr als 1,65 Dollar gekauft haben, zu dem der Write-Preis nach der Notierung abgerechnet wurde, das war ja der Preis, nachdem es danach, wo der Ansturm sich dann gelegt hatte, die haben eine Art Belohnung bzw. Entschädigung bekommen in dem Fall. Und diese sieht dann wie folgt aus. Und zwar war das ein Prozess, dass Leute E-Gold und Write bekommen haben, als Pool-Token, also LP-Token, und sogar die LK-Maxx-Belohnung wurde hinzugefügt, als hätte man die von Anfang an im Pool gehabt. Dann ist auch hier, die Farm-Token werden dann an die berechtigten Konten verteilt, proportional zum wahrgenommenen Verlust. Zusätzlich wird der Restbetrag von 1,944 Millionen Write-Token an berechtigte Konten verteilt, proportional zum wahrgenommenen Verlust. Ausgleich wurde gestern durchgeführt, das wurde dann hinzugefügt. Und dann, wichtiger Punkt, hier seht ihr, was Elrond an der Community liegt, welche andere Blockchain bzw. Projekt würde so handeln, großes Lob an Elrond, komplettes Video folgt dazu nach den Feiertagen. So einen Zufall machen wir jetzt. Genau, und das Ganze wurde verteilt, und in der Community ist ja da ein krasses Beispiel hängen geblieben. Das war die Transaktion 590 E-Gold gegen ein paar Write-Token, die nach diesem Abfall, ich glaube 27.000 waren es, die nach diesem Abfall nur noch 12 E-Gold wert waren. Ich glaube, das ist vielen gerade so in der deutschen Community hängen geblieben. Und dieses Beispiel, da wurde uns alles zur Verfügung gestellt, um das Ganze uns nochmal anzuschauen und auch um zu sehen, wie viel wurde da ausgeschüttet. Also, hat der jetzt seinen Verlust komplett wiederbekommen, war es nur die Hälfte oder war es vielleicht sogar mehr? Also, das Ganze können wir jetzt schauen, weil uns alle Daten vorliegen. Und zwar können wir hier uns die Transaktionen ansehen. Hier sehen wir der Swap von 590 E-Gold zu 27.483 Write. Und nachdem der ganze Ansturm weg war, dann wurde aus diesen 590 E-Gold, waren nämlich diese 27.483 Write, waren da nur noch 12 E-Gold wert. Das heißt, hier wurden 578 E-Gold verbrannt und das in ca. 20 Minuten. Das war natürlich eine krasse Transaktion. Wäre vielleicht gar nicht erst durchgegangen, wenn, ja, das einfach gehangen hätte. Aber es hat nicht gehangen in dem Fall, sondern die Transaktion ist leider durchgegangen. Ja, das Ganze ist sehr, sehr schade. Und im ersten Moment denkt man sich so, oh, Mist. Nachmittag kann man natürlich jetzt ein bisschen drüber lachen, weil es ja diese Rückgabeaktion gegeben hat. Und hätte es diese Rückgabeaktion nicht gegeben, wäre das Ganze immer noch sehr, sehr traurig. Und zwar schauen wir uns das Ganze an. Was gab es denn jetzt eigentlich zurück? Also wir wissen ja, es gab die LP-Token, E-Gold und Write, die gab es zurück. Und es gab die Write-Token zurück. Und hier sehen wir in dieser Transaktion, dass die Write-Token ausgeschüttet wurden, und zwar 5671 in diesem Fall. Die hat die Person hier erhalten. Und das ist schon mal eine nette Summe. Wir sehen auch, dass die Transaktionen hier, wurden nämlich die ganzen Write ausgeschüttet. Das waren nicht wenige auch hier, wenn wir mal schauen. Also hier sind sehr, sehr viele Write ausgeschüttet worden. Das Ganze vor drei Tagen, wie wir sehen. Also das Ganze ist am 23. Dezember ja passiert. Und da wurde das Ganze ausgeschüttet, das sehen wir hier. Also echt eine Wahnsinnssumme, die da nochmal erhalten wurde. Diese 5000 Write sind schon einiges wert, und nicht wenig, muss man sagen. Aber eigentlich der Löwenteil, der zurückgegeben wurde, den gab es dann über E-Gold und Write als LP-Token. Und auch die Mechs, die man ja farmt, die Freien oder die LK-Mechs, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, es gab die LK-Mechs, die gab es mit dazu. Und ja, schaut euch das an, das ist auch nicht wenig. Und zwar denkt man sich jetzt erstmal, das sind 23,7 LP-Token in E-Gold und Write. Ja, das ist jetzt erstmal nicht viel. Zumindest denkt man sich so 23 Token. Wenn jetzt aber jemand hingeht und sagt, ich paare mal ein E-Gold und der Rest in Write, also den Wert von 1 E-Gold, und paare das als LP-Token, was kommt da raus? Da kommt recht wenig raus. Also da kommt kein ganzer LP-Token raus. Und hier wurde uns auch zur Verfügung gestellt, wie viel das zum Zeitpunkt des Erhaltens wert waren. Das wurde uns hier auch zur Verfügung gestellt. Und schaut euch das an. Das waren in diesem Fall 14.756 Write und nicht wenig, muss man sagen, 127 E-Gold, 127,6 sogar. Und das Ganze war zu diesem Zeitpunkt, beim Erhalt ist das aufgenommen worden, 66.338 E-Gold wert. Da muss man sagen, nicht schlecht, Herr Specht. Oder? Was denkt ihr? Dann hat die Person uns auch noch zusammengerechnet, was er circa verloren hat und was er danach erhalten hat. Also er hat ja 590 E-Gold und Write getauscht. Die Write waren dann nur noch 12 E-Gold wert. Und jetzt nach dieser Ausschüttung hat er alles zusammengerechnet und kam auf einen Wert von, also wenn man die LP-Tokens nimmt, wenn man die auseinander nimmt und das Ganze wieder in E-Gold umrechnet, plus die ganzen Write, dann kommen wir auf einen Wert von 644 E-Gold. Also die Person muss man wirklich sagen, Respekt, das war eine Wiedergutmachung und so wie er es geschrieben hat, ein zusätzliches Weihnachtsgeschick. Also er hat direkt gesagt, das ist eine legendäre Aktion, das hat so einen Kryptomarkt noch nicht gegeben und auch für ihn war das etwas Wahnsinniges. Also wir als Kryptoeule haben auch gesagt, das ist einmalig und wir haben echt ein bisschen rumgeforscht. Wir haben solch eine Rückgabeaktion noch nie gesehen. Also wenn es mal Probleme gab, dann gab es das schon mal auf verschiedensten Blockchains, nicht nur auf einer, dass dann der ganze Kauf, also alles wieder rückgängig gemacht wurde. So im Prinzip, dass man die Blockchain einfach wieder zurückgesetzt hat und so weiter. Ob das jetzt im Sinne einer Blockchain ist, das bezweifle ich sehr, sehr stark. Aber diese Aktion, diese Rückgabe, die gab es bisher noch nie und uns ist nicht bekannt in diesem Fall. Wir sehen auch hier, dass die LP Tokens, die sind nämlich hier rausgegangen, auch alle hier am 23. versendet wurden. Also alles lief parallel. Also jeder, der vielleicht am 23. eine Transaktion über Elrond machen wollte und hat sich gewundert, was ist denn da gerade los? Das Ganze war ja abends um 21.49 Uhr PM, aber ich glaube, das ist UTC, also eine Stunde später, abends um zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr. Kann aber auch unter unserer Zeit sein, ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall sind die ausgeschüttet worden und da hat natürlich bei so vielen Transaktionen wahrscheinlich die Blockchain ein bisschen gehangen. Was aber nicht schlimm ist, weil unterm Strich, das Ganze ist ja durchgegangen. Also wir sehen, Elrond liegt viel an der Community und man muss wirklich sagen, dass das eine Aktion war. Wahnsinn. Das kann man wirklich sagen, ist einmalig im Kryptomarkt und ich bin sehr gespannt, ob sowas nochmal passiert oder wovon viele ausgehen. Ob Elrond jetzt einfach hingeht und sagt, wir updaten das Ganze und dann wird es beim nächsten Listing nicht mehr passieren oder auch speziell für andere Blockchains. Also wir sehen ja jetzt, Elrond ist da wirklich beispielhaft vorangegangen und gibt es das vielleicht nochmal irgendwo, dass so viele, ja sag ich mal, illegal, kann man jetzt nennen, wie man möchte, illegal eingekauften Token, die eigentlich ja für alle waren, aber einer halt einfach zu früh war und vielleicht sogar noch sehr früh war. Also das Ganze ist ziemlich schwierig. Aber es wurde nachvollzogen, da fängt es schon mal an, das Ganze wurde nachvollzogen, die Token wurden eingesammelt und sie wurden an die Community zurückgegeben. und das ist wirklich nicht schlecht. Also man muss wirklich überlegen, sowas ist beispielhaft. Also dass man sowas zurückgibt, man hätte es ja einfach auch so unter den Tisch kehren lassen. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass es bei dubiosen Projekten, also nicht dass Elrond jetzt dubios ist, aber es gibt dubiose Projekte, wo auch sowas schon mal unter den Tisch gekehrt wird und dann ist das Ganze einfach weg. Das hört sich jetzt fies an, aber leider ist es die Wahrheit. Ja, und da muss ich wirklich sagen, ich bin echt überrascht, dass das zurückgegeben wurde und krass. Jetzt kommt natürlich auch die Frage, hey, du hast doch auch im Livestream gekauft, also ich in dem Fall, hast du denn auch was zurückbekommen? Und jeder, der den Livestream ja komplett verfolgt hat, ich habe ja für 10 E-Gold, habe ich Rai-Token gekauft und dann habe ich gesehen, oh, 14,4 Wert, dann habe ich das ja mit einem Slippage von 50% wieder zum Verkaufen beigetan, habe aber gesagt, hey, wenn es nicht durchgeht, ist es in Ordnung, wenn es durchgeht, habe ich ein paar mehr E-Gold, aber ich glaube nicht, dass es durchgeht, es war eher so testtechnisch gedacht und unterm Strich waren es dann noch, durch das Slippage ist ja ein bisschen Veränderung drin, weil der Markt sich auch bewegt, waren es dann noch 13,2 oder 13,7, ich weiß nicht mehr genau, E-Gold, die es zurückgab. Also ich habe in dem Fall einen Gewinn erzielt und mit diesem Gewinn habe ich ja nachträglich Riot gekauft, so dass ich von meinen 10 eigentlichen E-Gold gar keinen anfassen musste. Dann bin ich ja noch mit diesem gekauften Riot in den E-Gold Pool gegangen und habe euch ja ab und zu unter dem Community-Reiter hier auf YouTube habe ich euch ja ein bisschen geupdatet, was die noch wert sind, bin aber dann irgendwann rausgegangen, weil der Riot-Preis ziemlich angezogen hat und so hätte ich ziemlich viele Riot-Token verloren, aber mehr E-Gold bekommen, weil sich das Ganze im LP Pool ja sich in Waage hält. Naja, so, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dadurch, dass ich die Riot dann recht früh wieder verkauft habe, habe ich keine Entschädigung bekommen und da muss ich auch sagen, dass diese Sache sogar getrackt wurde und nicht, dass ich sagen kann, hey, ich habe für 10 E-Gold Riot gekauft, habe diese Riot wieder für 13,7 oder so E-Gold verkauft und habe noch eine Entschädigung bekommen, weil ich ja zu teuer Riot gekauft habe. Dass das getrackt wurde und dass man gesagt hat, ja, Moment mal, wenn du ja Gewinn gemacht hast, brauchst du ja keine Entschädigung. Das ist auch wirklich beispielhaft und muss man sagen, Respekt und ich bin da null böse drüber, weil ich habe ja meinen Gewinn erzielt in dem Sinne und bin da echt happy, dass das auch so gelaufen ist. Natürlich, wenn die gekommen wären, dann sind sie sich erst extrem gefreut, aber in dem Sinne, dadurch, dass ich ja schon Gewinn erzielt habe, bin ich auch nicht berechtigt für diese Rückgabe beziehungsweise Wiedergabeaktion. Das ist nicht so doll. Ja, in dem Sinne, wir sehen, das läuft extrem gut und Elrond liegt viel an der Community, dass die Community nicht verärgert wird und dass auch die Community im Prinzip fair behandelt wird. Daran liegt Elrond viel und das merken wir durch solche Aktionen und Benjamin Minkow sagt es auch immer wieder in seinen Videos, in seinen Tornhole-Meetings und wo auch immer, sagt er, die Community liegt Elrond sehr am Herzen und jeder, der sich mit solchen Krypto-Projekten auskennt, der weiß, ohne Community läuft nichts. Wenn sich keiner für mein Projekt, für meinen Token und so weiter interessiert, kann ich das tollste Projekt haben. Wenn sich aber niemand dafür interessiert und noch keiner Community-Arbeit betreibt, in dem Sinne, dass die Community-Wenn-Fragen sind und so weiter, dass diese Sachen immer wieder erklärt werden oder beigebracht werden und Infos beigeteilt werden und auch übersetzt werden. Das sind ganz wichtige Faktoren und wenn das keiner in der jeweiligen Sprache macht, deswegen gibt es ja auch bei Elrond so viele Sprachgruppen. Also, wenn man überlegt, alleine in Europa gibt es ja jede Menge Sprachgruppen, also Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, also da gibt es ja jede Menge Italienisch, Englisch natürlich und jede Menge. Also wirklich, da muss man sagen, Respekt, was da auf die Beine gestellt wurde und eigentlich auch muss man wirklich, und das sagt Elrond auch immer wieder, Danke an alle Sachen, die die Community-Arbeit betreiben und wie gesagt, ich kann mir das tollste Projekt ausdenken, ich kann das tollste Projekt bauen, die tollste Blockchain haben, wenn sich dafür keiner interessiert, ist die einfach nichts wert und keiner benutzt oder kauft den Token und das ist das große Problem an der Sache. Und hier sehen wir, die Community liegt Elrond sehr am Herzen und ich finde die Aktion Respekt und muss man sagen, ich glaube, das Ganze wird es nicht mehr so geben, weil natürlich die Blockchain geupdatet wird, beziehungsweise einfach mehr Charts, die ganzen, also die Wallets vielleicht ein bisschen verteilter werden und so weiter, vielleicht kommt ein neuer Chart dazu und so weiter, also viele Sachen, die man machen kann und was sie da machen werden, bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, sowas wird es nicht mehr geben, weil es einfach nicht mehr passiert in dieser Form und ob sowas aber auf anderen Blockchains passiert, das kann man nie ausfließen, das erste Listing ist immer eine Bestandsaufnahme, eine Bestandsprobe, wo stehen wir, sind wir wirklich da oder sind wir wirklich so gut, wie wir immer behaupten, das sind so Sachen, bei Elrond kann man viel machen, einfach durch das Charting und so weiter, da gibt es viele Möglichkeiten, aber leider hat das nicht jede Blockchain, das muss man an dieser Stelle sagen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ihr seid in diesem Fall informiert, vielleicht saßt ihr jetzt nach diesem Beispiel, nach diesem Zeigen von dem, was es alles zurückgab, auch genauso da wie ich am 23. Oh, dann, ja, dann kann ich das Ganze komplett verstehen, weil mir ging es genauso und ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. MDR 2021 MDR 2021 Untertitelung des ZDF, 2020